Was geht ab, meine Freunde, der gepflegten Wundertüte und herzlich willkommen zu meinem kleinen, aber feinen Wundertüten-SPC-Video. Ja, ich habe die drei Wundertüten in den letzten Streams gemacht. In der ersten Wundertüte war Winter Refresh Acke, oder wie man ihn ausspricht. In der zweiten Wundertüte war der Trent Alexander Arnold Shapeshifter, der meiner Meinung nach ganz okay war. Aber, Freunde, in der dritten Wundertüte, ihr werdet es nicht glauben. Ich werde euch jetzt einfach den Stream-Ausschnitt zeigen. Genießt ihn, genießt ihn einfach mit mir. Das Ganze war ein Chatpack. Seid Ehrenmänner, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal für diese kranke Wundertüte. Soll jetzt auch direkt losgehen. Viel Spaß mit der Reaktion. Es war einfach anders krank im Stream. Danke für alle Leute, die dabei gewesen sind. Und ich würde mich auch freuen, wenn du, wenn du dieses Video gerade siehst und nicht dabei warst, im nächsten Stream mit dabei bist. Also, Freunde, viel, viel Spaß. Chatpack? Okay, mache ich Chatpack. Ich mache Chatpack. Warte, ich muss das hier dann dafür einstellen. Kann mir einer ein paar Coins geben? Ich habe jetzt kein Verdammt. So, warte, ich muss mal eben gucken. So, dann machen wir jetzt ein Chatpack, Freunde. Dann machen wir jetzt ein Chatpack. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Los geht's. Bewusst und schwitze, habt keine Lust mehr. Ich bin selber eine Tritsch. Jetzt schreibt noch keiner was. Moin. 4K, 400K. Wer ist denn da drin? Kann mal einer was reinschreiben? Mbappé. Mbappé. Ja, wahrscheinlich. Van Dijk. Van Dijk zweimal. Van Dijk dreimal. Van Dijk. Nein. Van Dijk. Alle Van Dijk. Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk. Mbappé, Van Dijk. Oh, ich gucke jetzt. Mal Dijk. Dijk. Lol. Was ist der Wert? Lol. Zum Glück habe ich vorher auf Aufnahme gedrückt. Vorflück. Was passiert hier? Tschüss. Titel ist gesichert. Also Freunde, falls du auch Päcklack haben möchtest, ruf mich an, lad mich zu einer Party ein, mein Kopf ist so groß, eier Kopf, und dann geht's los. Denn wir können viel erreichen zu Päcklack. Alter, Alter, jetzt seht ihr meine schicke Friese von Corona-Time. Chat eskaliert gerade völlig. Junge, was ist das? Warum share die? Ich kann da nichts gegen machen. Du kriegst die ganze Zeit einen Timeout, weil du so viel reinschreibst. Hab leider keine Coins. Was ist der Wert? Jetzt ganz vorsichtig. Lol. Junge, was ist das denn bitte? Bro, was ist das? 1,2 Millionen. 1,2 Millionen. 1,2 Millionen. WL. Boah. Ich sehe jetzt schon die bekommene WL. Totti Delict mit Food Birthday, Van Dijk und Van der Saar im Tor. Mal gucken, wie viele Quits wir reinholen. Alter. Van Dijk einfach. Ja, perfekt für Totti Delict. Den musst du ins Main-Team einbauen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall baue ich den ein. Übrigens bauen wir am Donnerstag das Team. Auf jeden Fall.